ja liebe leute wir sind heute mittendrin in der grid world series und herzlich willkommen zurück zu grid ja eben halb drei rennen und heute geht es weiter mit dem global gtk der uns jetzt als nächstes bevorsteht ich bin ich schon eine ganze weile raus aus diesem spiel weil ja es gibt drei wochen oder so damit wie viel ich verzehrt hat um zu bereiten so jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit dem global gtk und wir machen drei rennen die uns jetzt bevorstehen brandage sydney und sejak auf geht's so uns wären einige autos wieder vorgegeben was haben wir denn schönes da hinten noch 48 gtk ne ne ich bleibe dabei bei der corvette auf geht's ja jetzt hat vier runden stehen und dann in die circuit wie wirst so sagt uns die team vergabe und mal gucken wo wir stehen irgendwo ich bin schon so ganze ganze weile raus aus dem spiel mal gucken naja wir machen schon wir machen das schon irgendwie ja ich möchte ich habe sehr viele projekte momentan eins ist jetzt gott sei lang schon mal abgearbeitet was denkst du es ist das eröffnungsrennen und ich glaube wir werden sehen wer hier ist um die konkurrenz kennenzulernen und wer von anfang an dominieren ich will dominieren das eröffnungsrennen kann losgehen bleiben sie ja dann auch auf so platz 14 stehen ja und da steht ja die kollega auch noch dabei ich bin nur auf 13 aber ich bin ja richtig einfach werden das ist ein drecksack alter ja wir haben schön da mal weg im loch jetzt muss ich mich ein bisschen nach vorne arbeiten denn ich habe jetzt keine zeit dafür um mich da groß um zu kümmern ich glaube ich habe hier auch recht ein Fehler weil das ist vielleicht zu heiß so die kollegen sind schon in runde zwei wir hängen um den handel auf der zweite runde du hältst es gut mit alter warum schießt die mich eigentlich die ganze zeit da an weg ich komme nicht vorbei an sich ne jetzt hab ich nicht der nächste kurve muss ich den ausgleichen bekommen da haben wir vor 3 und erstes von der weg ja wohl noch nicht ich dachte der entgegen hat sich gesehen ja okay der ist schon weit weg aber der ist doch nicht weg so ab in die direkte vorne du machst mir freiwillig Platz sag ich euch mal freundlich das ist vielleicht in dieser kurve kein Auto du hast die erste des Rennens hinter dir ja das ist weiter momentan schon jetzt habe ich mir den ich habe den wifi ist das oder so jetzt bin ich mir da vorne mit zu fangen jetzt bin ich mir da so rein und jetzt in Führung in diesem Rennen die Sieg wäre jetzt sehr sehr wichtig so ab in die letzte Runde letzte Runde verteidige Deine Führung wir haben es ja relativ glücklich sehr in den Kopf geschaut obwohl sie zwei Momente märgern wollten oder ein bisschen wegschießen wollten haben sie auch geschafft aber letztendlich konnten wir uns dann durchsetzen und durchbeißen mit diesem hoffentlich ersten Sieg wir heute unter Dach und Fach drin aber guck mal so damit haben wir es erster Sieg Check so und wir sind es dann 6 Sekunden die bei uns die wir Vorsprung hatten aber ja nur noch zwei Rundchen die anstehen auf jeden Fall es sind noch zwei Rundchen Level 85 so auf geht nächstes Rennen Nummer 2 drei Runden Rennen Sydney die Strecke ist auch relativ kurz das ist okay das ist auch gut so dann haben wir nicht groß Sorgen darum naja wir stehen mittlerweile fünf sechs sieben habe ich dir nicht ich glaube ich dir nicht unbedingt 13 14 12 wir sind die Bedingungen hier GT Wagen sind für ein Maximum an höchsten Geschwindigkeit und Abtrieb ausgelegt bei den erfahrenen Teilnehmern hier sieht es so einfach aus aber diese Autos sind echt schwer zu behält tut mir leid die Rennleitung ist bereit für den Start Moin da sind wir ok ich habe da jetzt ein paar Pferderinnen gerechnet aber egal wir nehmen die neuen Platz mit Komm 1 ist eine Rechtskurve oder? er hat Glück gehabt aber da fielen wir uns mal mit ein bisschen an den Ferrari ran und schon in Führung wir nehmen ihn mit dann kann ich einfach direkt hin und dann ich lebe direkt dran und jetzt kommen wir ein bisschen weg Rappenrunde 2 drei Runde mal heute guter Start bleib an der Spitze Guter Start bleib an der Spitze jetzt sind Politer leider relativ wenig zu melden weil der auch nur auf das 12 geht und diese Ecke halt nicht ich kann sagen aber wir haben sie wieder gemeistert bleib in Führung letzte Runde bleib in Führung ja 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 da hinten sitzt jetzt ich habe die Camp Person aber würde nicht egal sein Achso, wir sind irgendwie vorne weg. So, dann geht es jetzt hier ins Ziel und dann haben wir auch nochmal zwei in der Tasche. Yes! So, nächsterin. So. 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 Jetzt hat der Teamkollege die Führung. So. 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 Auf, auf. So. 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 So.